ich bin gerade überlegen wie mache ich meinen boden oh warte ich bin geil oder kann das sein kann das sein dass ich einfach hammergeil bin vielleicht bin ich geil also das hört sich jetzt komplett falsch an aber ihr wisst was ich ja genau ich habe es genau auf eine ebene gemacht alter geil das heißt es kann uns scheißegal sein wie der boden ausschaut wir können jederzeit mit einem klick wieder ändern du weißt dass du nervst der ähnliche hase komisch keiner der hasen wollte bisher mein freund sein kann es sein weil ich seine kollegen gegessen habe gold kachel greifst du gerade meinen hunn an der hat mein hunn erledigt die kümmerle hühner töten du dämliche dreck saum kann ich den hunn eigentlich aufheben was soll denn der scheißdreck mann ohr nervt mich das gerade alter bin ich jetzt genervt habe ich schon erzählt dass ich genervt bin wenn nicht dann erzähle ich es nochmal ich bin genervt ich muss die gruppe wieder ausmachen ich bin zu einer neuen gruppe hinzugefügt worden auf ach scheiße ich komme hier wieder nicht raus Sinn ist am verhungern was sieht er bloß wie frisst denn der eigentlich dass da das ganze zeug weg spratzt ich habe schon wieder vergessen das andere zeug schon mal vorzumachen also sachen freischalten hat das monster wieder gemerkt dass es mit lauter fackeln über da rumstehen die arschgeige wie sieht es immer an mit so auf die entfernung als herr doch ja 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 eigentlich wollte ich den weg machen so so ach komm ich schiebe alles drauf dass heute samstag ist obwohl nein da kann ich das rausschieben ich schiebe es lieber auf die woche war zu anstrengend ok ich habe die woche zwei tage urlaub gekauft ah egal ich könnte ein bisschen öfter die musik spielen aber ok ja 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 oder machen wir die holzfenster ne ne ich bin eher für die fenster alles klar nein ich bin eher für die Oh man, ich muss mehr Fenster bauen. Weil es ein bisschen komisch ist, dass man da so die Fenster rein baut. Oder wenn man da die Fenster so rein baut. Mehr Fenster, mehr Fenster. Warum sollte man die Fenster nehmen? Das Giga-Muster ist doch Schwachsinn. Das ist wie wenn ein Typ, der es automatisch bei einer Maschine machen lässt. Und dann sagt, oh ich dreh es mal um. Ah, 45 Grad. Einerseits könnten wir aber auch... Ah, warum geht es immer nach unten? Ich hab gerade mit einer Hand gesteuert. Hä? Warum springt es immer? Ah, ich kann mit dem Stick immer um so ganze Dinger springen. Cool. Weil ich hab mit einer Hand... Ich mach mal die Steinfenster. Wir bauen... Nur ein paar. Steinfenster. Ich muss mal kurz testen, wie die ausschauen. Geh weg. Ah, die passen halt überhaupt nicht zum... Okay, wir bleiben bei den normalen Fenster. Und da brauchen wir noch ein paar. Wir müssen endlich wieder Glas zum Schmelzen bringen. Oh, ne, 150 brauchen wir nicht. Nochmal 50. Glas zum Schmelzen. Wir müssen schmelzen, damit wir Glas kriegen. Soro. Wir könnten ein Dreierfenster reinmachen. Würde ich aber doof finden. Wir bleiben bei dem. Bei der Taktik. Wobei man das ja eine Taktik nennen kann, aber okay. Halt warte. Hier kommen keine Fenster rein. Jetzt geht er direkt zum Nachbarn über. Schaut mir das aus. Alter. Jetzt hat er... Kleiner Raum. Bloß, dass der Boden fehlt. La, la, la. Komm mal komplett zu. Boah, das ist voll fies. Aber die Ausnahme ist eine viel bessere Aussicht. Wir machen in der Mitte immer drei. Damit dann die anderen auch ein paar mehr Dinger am Fenster haben. Gut, der hat natürlich trotzdem einen Vorteil, ne. So. Die Folgen werden alle wieder zugeschnitten, ne. Also, weil... Ah, so. Weil ich kann meine Zeiten nicht anhalten. Falls ihr euch denkt, was für Zeiten meint er. Dass ich drauf schaue, dass mitten beim Bauen die Zeit vergeht. Aber jetzt bin ich auch schon mal bei 32. Hier wird es zwar auch ein bisschen komisch sein, aber... Und der Typ, der muss... Ich meine, der muss ich halt vorhängen. Also, ich meine, der muss ich auch nicht anhalten. Und das ist ja auch ein bisschen komisch sein. Oh ja. So. Ah ja, stimmt. Jetzt sind ja nur zwei. So, so, so. Und so. Schaut doch schon nicht schlecht aus da. Was sag ich denn nicht schlecht? Das schaut perfekt aus. Wandlampe. Müssen sie ein bisschen moderner halten. Was kosten die dinge? Eisenbahnglas. Ah mal 20, ja wir müssen Gras schmelzen. Ich muss jetzt dann Schmelzen bauen und dann... Habe ich Schmelzen dabei? Ich muss doch Schmelzen dabei haben. Komm ich habe Schmelzen dabei. Habe ich Schmelzen da... Holy shit! Wand zur Hölle habe ich mir 91 Schmelzen hingestellt. Ich meine hier bauen wir eher später irgendwann. Oh ich habe unendlich Vorrat an Sand ne? Hau rein! Und ja... Könnte ein bisschen viel sein. Ist mir aber scheißegal. Warte mal ich habe auch unendlich Vorderland Gold. Nur ein Stahl nicht. Boah scheiße. Boah scheiße Alter. Hau rein! So... Hau rein! Muss ich mich komplett vergessen. So Gold! Silber! Stall brauche ich eh kaum Eisen Haben wir eh schon über 9999 Machen wir den da noch Ja, wobei, da müssen wir halt einfach nochmal einen Sinn stellen Dann lassen wir das Eisen auch noch laufen Ich meine, so viel Zeit, wie ich jetzt in das verdammte Spiel gerade wieder investiere Da müssen wir uns, wir müssen auf jeden Fall Irgendwann eine Fabrik bauen Ja, das schaut doch schon geil aus Hammer, Hammer, Hammer Geil So, Böden Was haben wir eigentlich für Böden übrig? Ich bin ja mal überlegen, ob wir verschiedene Cool, cool Natürlich Was ist das eigentlich? Extravagant Extravagant ist scheiße Normal, das ist niedlich Warte mal, wir müssen mal kurz Nein, meine Leuchten Brauche ich mal Leuchten und da ist mein Leuchten Wollen wir die Formel jetzt da was machen? Warum ist die Tür da oben? Ah Ah, jetzt So So You know Nein Ah, fuck you Nein, ich hab Nerf hier nur drum So Da kann ich so net hinsetzen Ja Ja, okay Ähm Was soll die machen? Die Böden Eieieiei Normal, die sind cool Wir machen einfach mal 100 coole Oh ja, danke Hund Ich mach kurz das Mikro aus Die Böden Das wird doch Da Lorenz Okay, und da bin ich wieder. Wahrscheinlich ist draußen wieder irgendwer rumgelaufen und dann... Wuff, 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 wuff. Ich bin dummer heute. Äh, gut. Extravagant ist gut, dass wir das nehmen können. Weil ich wollte ungern die Raumschiffswände nehmen. Nehmen wir einfach die Burgmauer. Oh, scheiße. Ich brauche Basalt dafür. Oh, ich brauche 50. Warum habe ich so wenig Basalt? Also wir haben jetzt extravagant. Niedlich. Cool. Wir haben niedlich. Cool. Extravagant. Was gibt es denn noch? Natürlich haben wir, glaube ich, nicht, ne? Warte mal, frech gibt es ja auch noch, ne? Habe ich irgendwas, was frech ist? Oder war das frech? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, jetzt schauen wir erstmal an unserem Ding noch nach. Wir müssen eh... Genau, die müssen wir noch rausziehen. Ich will natürlich ziehen wir den Holzboden noch raus, weil da müssen wir noch bauen. Da haben wir zu wenig. Okay, für den Raum reicht es wahrscheinlich, aber wir haben trotzdem zu wenig. So. Dann machen wir hier, Mr. Frau Niedlich. Alter, das hört sich schon lustig an. Blum, 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 blum. Ist aber irgendwie... Ja gut, jetzt ist es eigentlich nur ein weißer Boden, ne? Das macht total Sinn, Alter, wenn die Schleime unten drunter sind. Ach, der Geist macht auch diese Geistergeräusche, wenn er mit jemandem redet. Dann haben wir hier, haben wir dann das da. Das ist extra Waggern. Wurde etwas schicker. Werde insgesamt etwas ausgefallen. Wir müssten mal ein komplettes Zimmer aus Gold bauen oder so. Okay, wir müssen hier ein Zimmer aus Gold bauen. Hier wird es natürlich. Ja, da kann ich auch gleich diese Challenge mit den verschiedenen Räumen machen, ne? So. Jetzt wird es halt bloß noch immer noch frech. Äh, Beschreibung. Extra Waggern. Weil, oder? Das gab es doch. Ah, ich gehe so drauf. Normales, aber auch nicht frech brauchen wir. Was zur Hölle ist frech? Habe ich schon mal was freches gesehen? Sorry, da muss ich kurz mal googeln. Ah. Aber ich habe noch nie was freches gesehen, glaube ich. Die Erne Lern-App, was ich habe. Bildung ist Freiheit. Wobei, stimmt eigentlich auch. Du kannst wählen, was du willst. Ja, okay, mein Kaffee ist leer. Jetzt dachte ich schon, ich habe Kaffee vergessen. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich es nicht so schreibe, ne? Wie ich es sag. Frech. Alle Räume und Sets? Warte mal, ist das das, was ich eh schon hatte? Inklusive DLCs. Stile. Ah, Gegenstand des Spiels, blablabla. So können die Räume... Oder frech gestanden. Ja, was ist denn frech, Mann? Okay, nochmal zurück. Räume setzt. Strangles Builders 2, blablabla. Ich finde da nichts. Warte mal, haben wir hier noch irgendwas mit frech? Warte mal, sind Kanonen frech? Nee, das ist alles nur normal. Hätte das sein können. Oder ist das falsch übersetzt? Das ist ja eher natürlich. So ein Eis am Stiel macht niedlich. Das ist frech. Neckisches Nachtlicht. Ah! Jetzt weiß ich, was frech ist. So. Sexy Stuff. Okay, ja, doch. Das ist niedlich. Das ist natürlich. Ja, aber scheiße, wie viel da... Gibt es da überhaupt irgendwas? Oh, shit. Ist das extravagant? Normal. Normal. Warte mal, kann ich denn das eine dämliche Buch bauen? Gab es doch das eine Buch, was da so... Äh... Immer mal, da die zum Freischalten. La 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 la. Ihr wisst schon, das eine Buch, was wir dem einen Skelett gegeben haben mit... War das hübsche Häschen oder so? Ich habe keine Ahnung. Das sind Flaggen. Zählen die eigentlich auch irgendwie? Ne. Segenssalze. Was ist das? Freischalten. Böse Flüche Ballen bestanden oder heb Flüche auf. Was hast du denn für Flüche? Ich finde es doof, dass es keinen Block gibt, der wo frech ist. Ich habe schon so einen Block mit Herzchen oder irgendein Scheiß. Was ist das da? Normal. Die sind alle niedlich und cool. Kann ja jetzt sein, dass es snackisches Nachtlicht gibt, dass es was freches. Ach, mir jetzt wurscht. Wir bauen snackische Nachtlicht da einfach. Da brauche ich Rubine für. Wow. Holy shit. Und jetzt werden wir in den Raum gehen. Boah, Alter. Schau, was die an frech machen. Platziere viele neckische Nachtlicht. Was, noch mehr? Oh, scheiße. Wir brauchen noch Rubine, ne? Wieso ist das Zimmer niedlich? Hä? Zelteser ist niedlich? Wow. Das sind Steinblöcke. Sind Steinblöcke niedlich? Ha. Ha. Okay. Also, bedanke mich jetzt an der Spiele für das Zuschauen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterbasteln. Und ich werde jetzt auch mal schauen, was noch so... Äh, genau die DLCs wollte ich noch anschauen. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Macht's gut und Servus. Falls die DLCs bei uns gibt.